Hallo und willkommen zurück zu Segelowfinden. Wir sind immer noch bei Klaus, aber wir haben glaube ich den Checkpoint mit dem Gas, oder? Ach nee, noch nicht. Ich dachte, schade. Ja, wir sind beim letzten Mal ja glureich gestorben und ähm... Das möchte ich, dass es nicht nochmal passiert. Er stirbt einfach nicht, er stirbt einfach nicht, er stirbt nicht. Munition alle? Dieser Spruch ist so dämlich, ne? Es gibt es ja nicht. Ähm... Ähm, 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 was war denn nochmal? Wir müssen den, glaube ich, einmal... ...einmal erledigen, ne? War das doch, glaube ich, oder? Oh, jetzt legt auch noch diese dummen Fallen. Hurra, hurra, hurra. Nein, 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 Basti, nein, was die, nein, was die. Er geht nicht, 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 er geht nicht. Oh, Mann, der legt jetzt über diese Fallen. Aber jetzt geht er sterben. Oh, nein, nur. Jetzt gehst du sterben. Ja. So. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Hoppala. Ich bin noch auf irgendwas draufgetreten. Es wird, glaube ich, Zeit mal wieder für eine Spritze. Und, ähm... Wo ist denn jetzt nochmal aufgegangen? Ach, da hinten, ne? Ja. Aber jetzt ist er ja noch nicht hier. Das heißt, wir können jetzt noch eben hier die Waffenteile mitnehmen. Oder die, die, die Teile für die Bolzen. Weil dann haben wir sie. Die Zeit bleibt uns ja jetzt mal eben. Uah, okay, da sterben wir. Da kommen wir noch nicht hin. Aber hier... Eine neue Spritze. Los, 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 los Das ist so fies, das ist so fies. Der geht aber nicht... Der geht aber nicht kaputt. So, jetzt. So, der hat wieder Glibber liegen lassen. Nehmen wir mit. Wir müssen uns natürlich auch so ein bisschen das Gas im Auge ballen. Aber das ist aber fies, dass er das jetzt hier liegen gelassen hat. Der ist hinter uns. Jetzt ganz schnell, ganz schnell hier rein. Können wir nämlich zumachen. So, jetzt müssen wir ihn ganz easy going. Wissen wir ja, was wir zu tun haben. Dass er sich aber selbst den Kopf abreisen, ist echt schon krass. Wir waren eigentlich gar nicht so schlecht. Er ist sauer. Klaus ist sauer. Schwierig. Dass er aber auch nicht stirbt. Warum bleibt dieses Ding nicht tot? Der stirbt einfach nicht, der Drecksack. Jetzt aber. Waa, 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 waa. So. So. So eine Mistratte, so eine Mistratte, das gibt's gar nicht. Können wir noch Bolzen herstellen? Ja, ich will Sprengbolzen erstellen. Moment, Moment, Moment. Jawohl, vier Sprengbolzen, definitiv. Weil damit erledigen wir ihn am besten. Fuck, 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 fuck. So, erstmal Gehirnmasse mitnehmen, K-Gel. Und dann das, äh, hier dieses Ventil wieder mitnehmen. Boah, was ist das? Jetzt hat er einfach hier die Dings gelegt, ey. Oh, oh. Oh, 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 oh. Wo ist der denn? Wow, 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 wow. Komm, komm, mach, mach fertig. Basti, mach fertig. So, komm. Dann ob die hier Masse aufnehmen und abhauen. Wow, 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 wow Doch ja.. Boah, der hält aber auch aus eh! Der Drecksack... Woah, 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 woah! Boah, der... Ah, nein! Nein! Neeein! Nein! Schon wieder rund vorhandelt? Nein, wir waren so weit gewesen. Das gibt's doch gar nicht. Okay, wir können ihn auf jeden Fall nicht töten. Aber wenn wir jetzt so schnell wegrennen, er ist schneller wie wir. Na toll. Oh mein Gott, das ist echt hart. Das ist nicht einfach. Gut, das heißt für uns definitiv Killing Spray. So. Erste Herausforderung. Wah, 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 lalalalalala. So, Nummer 1 haben wir. Hallo, hier Suppe. Jetzt geht's los mit dem Gas. Das ist eigentlich relativ easy. Eigentlich. Spritze behalte ich jetzt nochmal. Aber ich werde schon ein paar Bolzen herstellen, wenn ich kann. Sprengbolzen sind die besten dafür, denke ich. Frostbolzen können wir auch gleich mal herstellen, wenn wir ein paar Waffenteile wieder finden. Oder paar Waffenteile. Das kommt immer von Destiny. Wieso kann der eigentlich jetzt das Ding nicht mitnehmen? Ich verstehe es nicht. Mach fertig, mach fertig, mach fertig, mach fertig, mach fertig, mach fertig. Boah, wow. Boah, uuuh. Wow. sehr schön so nehmen wir erstmal wieder die super auf worte sie liegen was man hier gibt immer 1000 das ist nicht gut weil damit können wir echt gut einkaufen tut mir leid dass ich jetzt so häufig sterben muss aber dafür biete ich euch echt schon gute unterhaltung weil ich sag mal einige let's player schneiden vielleicht das sogar wenn sie sterben in voller länger gibt es hier ohne schneiden das sowas gibt es bei mir nicht wenn ich fähle dann fehle ich alles das ist ja interessant dieses Ding nicht tot hallo nein 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 2 da kommt unser papa und renn da rein in die mine muss in die mine los sehr schön hallo hier super hier im gruppe hier gruppe allerdings krumm der sack immer diese dreimal funktion bei video spielen so können wir herstellen ja wir können herstellen bolzen wechseln war lauf wieso hat er eigentlich die lampen in der hand ja wenn wir wissen wir wieso explodiert er nicht also wir haben den falschen wort ist und den bolzen genommen filmen kauf da müssen wir ihn reinlocken scheiße das heißt wir müssen da definitiv reinlocken habe ich die zeit dafür nein ich habe die zeit dafür nicht nein 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 es wird zeit für eine spritze definitiv lauf 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 wieso explodiert er denn nicht da mal das gibt es doch nicht oh dieser sag ich aber nicht wachsen dicker von dir also wir sterben alter man so äh hier war das ne genau los 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 wach fertig weil ich waa waa Ich weiß doch nicht wo ich jetzt hin muss ach so ich weiß wohin da war ein raum gewesen im wenig wo wir nicht reinkamen waa nein 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 das kann sich nur um bestimmten handeln das ist aber auch verdammt fies vor dem wie schnell aber auch ist okay ja ich fehle ihr seht ich fehle zum dritten mal jetzt ich glaube drittemal herr okay so so nein er möchte herstellen genau gott sei dank hatte er eigentlich schon irgendwas geworfen habe keine neuen bolzen doch wieso kümmer bolzen erstellen wir haben doch gerade okay ich werde auf jeden fall eine spritze nehmen die hier mitnehmen und das rad so schnell wie möglich drehen wir müssen auch eigentlich nur in den raum mit dem da man sie noch gar nichts hier erledigen oder wir brauchen noch theoretischerweise nur in den raum mit denen mit dem riesen schloss also mit den riesen wo die tür zu machen müssen weil dann können wir uns hier die munition jetzt sparen eigentlich mit ihm noch ein kurzer um ich hoffe mal ja weil dann können wir uns die aktion gesparen ja geil du zu wissen ich dachte man muss ja immer vorher einmal ich dachte man muss ja immer einmal erledigen ich glaube diese folge wieder verlängern haben definitiv weil das ist pflicht weil ich will ihn unbedingt in dieser folge erledigen so jetzt wissen wir müssen wir ihn auf jeden fall einmal müssen wir ihn töten um die tür aufzubekommen auch eine ganz dumme logik aber egal ich hinterfrage sowas ist gar nicht sie doch fies aus dieses ding nicht tot so tot full house habe ich gerade die trophäe bekommen auch geil natürlich weiter holz und 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 jetzt müssen wir das raum holz und quatsch auch nie oder das glaube ich jetzt nicht das jetzt nicht dein ernst die frage ist man muss ja wir müssen nachher in den einen raum wieder wo ganz viel gas war was wir mal gesehen haben auf jeden Fall ist er jetzt schon mal tot das ist schon mal super weil dann können wir in ruhe nämlich das rad holen ja Ventilrad kennen wir ähm der ist doch noch nicht tot ich dachte er wäre tot scheiße pack ach nee Moment haha wo ist er ich höre ihn nicht ich höre ihn und sehe ihn nicht da ist das Ventil da müssen wir hin wow fuck der hat glaube ich nicht gesessen ich glaube der hat nicht gesessen aber der hat gesessen und der sitzt auch er hat zwar uns mitgetroffen ist mir egal aber wir können jetzt ganz schnell zum Mann lauf Basti lauf 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 wie gut dass wir in Sprint investiert haben damals ich weiß viele Let's Player haben es nicht gemacht aber ich komm 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 mach 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 und jetzt bitte nicht sterben Basti bitte nicht sterben jetzt weil dann wäre fies oh nein er kommt 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 aua aua geh 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 fuck 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 Spritze 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 lauf 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 oh so wo müssen wir jetzt hin ich werde vorsichtshalber noch ne Spritze nehmen aber ich weiß nicht wo wir hin müssen das ist das Problem Scheiße, das ist auch... Können wir noch einen Bolzen herstellen? Kleinen Moment. Nein, können wir nicht, weil wir nichts haben. Aber wir haben... Ja, 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 ja. Wir haben Granaten. Wo ich gerne... Ah, da unten müssen wir hin. Los, 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 Basti, Basti. Lauf, lauf. Boah, ach du Scheiße. Lauf, Basti, lauf, 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 lauf. Boah, bitte ein Kontrollpunkt, bitte. Immer noch kein Kontrollpunkt, das ist echt ärgerlich. Doch, oh, Gott sei Dank. Äh. 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 Ach so. Hä? Oh nein. Die Kiste wackelt schon. Oh nein. Los, 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 los. Drück den Knopf, drück den Knopf. Basti, drück den Knoaap. Nimm das. Ja. Was? Boah. Endlich. Was ist in dem Safe? Habe ich gerade die Trophäe bekommen und... Ja, wir haben... Wir haben Klaus erledigt. Wir haben Klaus erledigt. Hoffe ich mal. Oh, was eine spannende Folge und... Ach, wie aufregend. Ich brauche definitiv erstmal eine Erholungspause und ihr solltet das auch tun und dann sehen wir uns ja morgen wieder um 17 Uhr an dieser Stelle und... Ja, bis morgen. Ciao. Ja, bis morgen.